Mr. Mike Mr. Mike Mr. Mike Yo, Mr. Mike mit Marvin am Start und heute wie ihr seht in einer neuen Halle, weil Marvin ist umgezogen, kann man so sagen Mega nice, sehr schick, schöner Boden, schöne Körbe Ja, Marvin, sonst so? Ja, dann sehen wir mal, vielleicht können wir noch irgendwas mit Werfen machen, dann sehen wir ob wir auch so treffen oder ob wir schlechte sind Mal schauen, aber wir müssen mit dir eh noch mal rausgehen um zu gucken, wie du auf einen Freiplatz wirfst Das interessiert ja auch viele Leute, gell? Ich mein, Freiwurf-Rekord, habt ihr den gesehen? 100 wie, 28, 24? Ne, Freiwurf 110 Machen's. Na, du bist schon rüber zu 110 110? Echt? Ja, ja, wir haben's lange nicht mehr gemacht Du warst doch schon im 120er-Bereich Video ist hier irgendwo verlinkt, am Ende des Videos checkt aus, 110, ich sag 120 am Stück hat er gut. 110 waren's 140, irgendwie sowas. Auf jeden Fall machen wir 100 hintereinander. Beeindruckend Wirklich beeindruckend, das schafft echt nicht jeder Lag natürlich auch immer einen guten Ball Der Ball war schon mitentscheidend Gell, der war auch mitentscheidend Guck mal, hier so ein bisschen werfen Ansonsten noch, macht der Finger Der Finger, ja, langsam wird's Ich hab jetzt schon wieder ein bisschen gespielt 1 gegen 1 und so, also stabil mittlerweile wieder, es passt Ist der Wurf wie früher, sagst du? Wird wieder, also natürlich dauert's auch ein bisschen Aber ich komm schon wieder in die Richtung Sag ich mal, ja? Ich hab zur Zeit, ich spiel nicht viel Aber mein Wurf ist killer Es wird alles, wirklich alles Das ist natürlich alles neu, ist ein bisschen schief alles Was ich auch noch machen werde, ist Weil dieses Netz hier besonders schön swischt So ein richtig schönes Swisch-Geräusch Ich hab schon mal ein Video gemacht, ich glaube 5 Stunden 10 Stunden am Stück nur Swisch-Geräusche Video ist hier verlinkt Schade, ich fühl's jetzt nicht vor Das ist Geräusch, ne? So ein Therapievideo für Baller, die nicht schlafen können Hört euch das 5 Stunden, 10 Stunden lang Oh, das ist wirklich schön entspannend Marvin, 1 Wisch Wow, also das ist hier wirklich Das ist so butterleicht Das ist so leicht, wenn ihr die mit schön Kraft macht von oben So richtig So ein richtiges Schleiz Ah, ich höre, das ist ein Traumnetz Das ist wirklich sehr schön Es ist wirklich sehr schön Schade Ja Aber ja Ah, nix Ja, das ist auch ein bisschen Ja, das ist auch ein bisschen Ganz schön warm hier drin Ganz schön warm hier drin Ja Ganz schön warm hier drin Fieger Das hat er runtergehalten Wow Ja 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 Das ist halt auch der Ball Das ist halt auch der Ball Ja 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 Wahnsinn Das würde dich aber auch nicht interessieren Gell Ja Ja Das stört den Marvin Es ist so ein Move, den ich zurzeit versuche, dass ich den schmeidig hingucke. Der geht nicht geschmeidig runter, da ist es nicht so geschmeidig, da ist es nicht so geschmeidig. Das ist nicht so geschmeidig, da ist es nicht so geschmeidig. Das ist nicht so geschmeidig, da ist es nicht so geschmeidig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Marvin, wie schaut es mit deinen anderen Kanälen aus? Aktuell, zeitlich ein großes Problem. Ich versuche aber jetzt wieder in die Gegend zu kommen. Bei wo? Bei Lehrern mit Mathe-Übungen auch? Da eher weniger. Jetzt habe ich wieder eine andere Klasse. Das ist aktuell wirklich viel Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf jeden Fall auf dem Sport-Channel und eventuell Ernährung. Aber auf jeden Fall Basketball soll mir was kommen. Hast du das unterschätzt? Ich glaube das unterschätzt, weil es ist schon viel zu tun, definitiv. Aber der Mike ist ja da seit Jahren Profi. Der macht das natürlich im Handum drin. Zack, zack, alles muss raus. Hier ist auch mit am Start, halt hier, keine Schuhe an. Egal. Ein bisschen Halle wischen, sehr gut. Genau. Vielen Dank. Euer Mr. Mike und Marvin. Tschüss. Tschüss. Euer Mr. Mike Mike.